Es tut mir leid, aber bis zu meinem letzten Wissens-Subdate im Januar 2022 ist mir kein spezifisches Produkt namens Schritt-Tracker bekannt. Es könnte sich möglicherweise um eine Anwendung oder ein Gerät handeln, das darauf ausgelegt ist, Schritte zu verfolgen, ähnlich wie Fitness-Tracker oder Pedometer. Solche Werkzeuge sind in der Gesundheits- und Fitnessbranche wichtig, da sie Benutzern ermöglichen, ihre tägliche körperliche Aktivität zu überwachen und ihre Fortschritte im Hinblick auf ihre Fitnessziele zu verfolgen. Das Verfolgen von Schritten kann einen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil leisten, da es dazu ermutigt, sich mehr zu bewegen und aktiv zu sein, was wiederum positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben kann. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Schritt-Tracker. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, DT-Ball-Schrittzähler. Der 3D-Schrittzähler zum Gehen muss nicht mit einem Smartphone, Bluetooth oder einer App verbunden werden, um verwendet zu werden. Er dämpft automatisch den Bildschirm, um Batteriestrom zu sparen, und wird um Mitternacht automatisch zurückgesetzt, um den täglichen Neustart zu erleichtern. Mit einem 7-Tage-Aufnahmeprotokoll können Sie die Leistung des Vortags leicht abrufen. Der Schrittzähler-Clip enthält einen leisen und hochmodernen 3D-Chip mit drei Achsen für Schritt- und Kilometeraufzeichnungen, was eine hervorragende Genauigkeit der Schrittmessung in jeder Position ermöglicht. Der Schrittzähler ohne App verfügt über ein großes Display, auf dem Zahlen und Symbole für jeden Modus leicht erkennbar sind. So können Sie die verschiedenen Modi leicht unterscheiden und die aufgezeichneten Daten auch während des Trainings ablesen. Der Schrittzähler ist aus hochwertigem, strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt und extrem leicht, sodass er an der Kleidung befestigt oder in einer Tasche getragen werden kann, ohne zu belasten. Hier ist der Punkt Nummer 4, MacBezil 3D-Schrittzähler. Dieser 3D-Schrittzähler fürs Gen zeichnet akribisch Ihre Schritte und die tägliche Aktivitätszeit auf, und er kann beeindruckende 999-999-Schritte verfolgen. Intelligent gestaltet, verfügt er über eine 10-Schritte-Fehlstart-Fehlerkorrektur-Funktion. Darüber hinaus fördert er regelmäßige Bewegung, da Sie persönliche Gezielsetzungen für jeden Tag festlegen können. Erreichen Sie Ihre Fitnessziele mühelos mit diesem leistungsstarken Trekking-Gerät. Bleiben Sie dank unserer zuverlässigen Produktnachverfolgung stets über die zurückgelegte Gesamtdistanz informiert. Das Gerät ist in der Lage, bis zu 999,99 Kilometer oder Meilen zu protokollieren. Der Schrittzähler fürs Gen misst auch die während Ihrer Spaziergänge verbrannten Kalorien, mit einer Obergrenze von 9999,9 Kilokalorien. Mit Auswahlmöglichkeiten zwischen mitrischem und imperialem Einheitensystem, 12- und 24-Stunden-Zeitformaten sowie einem leicht ablesbaren digitalen Display passt sich unser Gitrake Ihren Vorlieben an. Passen Sie die Einheiten an Ihre Gewohnheiten an und greifen Sie schnell und mühelos auf Ihre Aktivitätsdaten zu. Dieses benutzerorientierte Design macht das Verfolgen Ihres Fitnessfortschritts zu einem ansprechenden und personalierten Erlebnis. Der Punkt Nummer 3, Flintronik-Schrittzähler Der Flintronik-Schrittzähler besteht aus hochwertigem ABS-Material und wurde mit einem Verschleißschutzverfahren hergestellt, was ihn robust und langlebig macht. Wir sind überzeugt, dass der Flintronik-Schrittzähler die perfekte Wahl für Sie ist. Dieser Schrittzähler verwendet fortschrittliche 3D-3-Achsen-Sensor-Technologie, die entwickelt wurde, um eine ausgezeichnete Genauigkeit beim Zählen von Schritten in jeder Position zu gewährleisten. Er kann bis zu 99.999 Schritte zählen und zeichnet sich durch seine Genauigkeit aus, indem er Schritte unter 5 ignoriert. Der Zähler setzt das Zählen nicht fort, bis Sie 5 Schritte hintereinander gemacht haben. Unser Schrittzähler verfügt über keine komplizierten Programme. Er zählt Ihre Schritte einfach und effektiv, zeigt Ihren Trainingsfortschritt auf dem Bildschirm an und hilft Ihnen, die tägliche Trainingssituation zu verstehen. So werden Sie motiviert, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Das Produkt wird mit einer CR2032-Knopfbatterie geliefert. Im Ruhezustand schaltet sich der Schrittzähler automatisch aus, um Energie zu sparen. Wenn Sie mit dem Laufen beginnen, aktiviert sich das System automatisch und die Schritte werden gezählt. Diese Einstellung trägt zur Verlängerung der Batterielebensdauer bei. Nummer 2 in unserer Liste, Lebexi-Schrittzähler Dieser intelligente Zähler ist vielseitig einsetzbar und zeichnet Laufschritte, Distanzen und verbrannte Kalorien während Ihrer Trainingseinheiten auf. Die 3D-Schritt-Sensor-Technologie verhindert eine fehlerhafte Zählung Ihrer Schritte. Der Akku ist in nur eine Stunde vollständig aufgeladen, und bei normaler Verwendung hält er 2 bis 3 Wochen. Bitte laden Sie den Schrittzähler rechtzeitig auf. Wenn die Stromversorgung erschöpft ist, müssen Sie Ihre Daten erneut einstellen. Es ist keine Verbindung zum Handy oder Bluetooth erforderlich. Es gibt keine App. Es müssen lediglich Zeit, Höhe und Gewicht eingestellt werden. Es ist kein Ladekabel erforderlich. Sie können das Gerät direkt in einen Computer oder den USB-Anschluss eines elektronischen Geräts stecken, um es aufzuladen. Das Modedesign ist sowohl leicht als auch langlebig. Eine Reihe von Prägestempeln bildet Luftlöcher, um nicht nur das Gewicht weiter zu reduzieren, sondern auch die Luftdurchlässigkeit zu verbessern. Die Verwendung von Silikage-Materialien ist umweltfreundlich und ungiftig, und es fühlt sich angenehm an, perfekt für Sportbekleidung. Die Nummer 1 in unserer Liste, GRV-Schrittzähler Dieser Fitness-Tracker kann eigenständig verwendet werden, ohne mit einem Smartphone verbunden zu sein. Er berechnet automatisch die Schrittzahl, zurückgelegte Entfernungen und verbrannten Kalorien. Zusätzlich kann er die Uhrzeit, das Datum, persönliche Informationen, Schrittlänge und Einheiten unabhängig einstellen. Der Fitness-Tracker ist mit einem integrierten Schlafsensor ausgestattet. Bei Aktivierung des Schlafmodus kann er den Schlaf analysieren und die Schlafzeit aufzeichnen, um die Schlafqualität zu verbessern. Der Tracker generiert persönliche Informationen wie Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und Schrittlänge. Basierend auf diesen Angaben berechnet er tägliche Schritte, zurückgelegte Distanzen und verbrannte Kalorien. So erhalten Sie präzise wissenschaftliche Aufzeichnungen über Ihre Aktivitäten. Der Fitness-Tracker verfügt über einen Handgelenksensor, der den Bildschirm sofort aufleuchten lässt, wenn Sie Ihr Handgelenk anheben oder drehen. Die klaren und gut lesbaren Schriftdaten sind auf den hochauflösenden Bildschirm abgestimmt, was auch eine klare Sicht im Freien ermöglicht. Das durchdachte Design spart Zeit und Energie. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Schritt-Tracker unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.